Wir befinden uns in Woche 3 dieser Marktkorrekturphase und wir sind mitten in der Berichtssaison. Nächste Woche wird richtig heiß. Tesla, Meta, Microsoft, Alphabet, Intel und 40% aller Aktien im S&P 500 berichten nächste Woche. Es wird also sehr volatil. Abonniert also gerne diesen Kanal, um den Content dazu nicht zu verpassen. Insbesondere Tesla werden wir natürlich live übertragen. Das wird diesmal richtig, richtig spannend. Insbesondere auf die Telefonkonferenz mit Elon Musk bin ich gespannt. Wird er sich zusammenreißen und den Aktionären einen glaubhaften Plan skizzieren, wie es weitergeht. Mit Tesla, mit Model 2, mit den Robotaxis. Und aus finanzieller Sicht wird Tesla das erste Mal seit zwölf Quartalen vielleicht einen negativen Cashflow ausweisen. Das heißt, muss Tesla seine Bargeldreserven abschmelzen, um die aktuelle Nachfrageschwäche zu überbrücken. Das Risiko besteht und ich würde die Wahrscheinlichkeit dafür auf deutlich über 50% schätzen. Aber am Dienstagabend wissen wir mehr. Der Abverkauf hat in dieser Woche besonders auch den Nasdaq 100 getroffen. Nvidia verliert mal eben 15%. Zu Nvidia mal ein paar Gedanken und so etwas wie eine Bärentese. Nicht um euch aus eurer Nvidia-Position rauszuquatschen und zu sagen, alles verkaufen, sondern damit man mal über mögliche Risiken nachdenken kann und sie beobachten kann. Wir wissen ja bereits, wer da gerade Geld in Nvidia-Produkte pumpt. Das ist Mesa, das ist Amazon, OpenAI, Microsoft, Google. Also die großen Player mit dicken, fetten Bilanzen. Die kaufen gerade Nvidia-Chips. Und wir wissen, alle haben angekündigt, dass sie ihre eigenen KI-Chips entwickeln. Und Google hat gerade bekannt gegeben, dass sie bereits auf ihrem eigenen Chip trainieren. Beziehungsweise auf ihrem eigenen Design eines Chips trainieren. Wir wissen auch, dass Nvidia derzeit eine Brutto-Gewinnmarge von über 70% einfährt. Und das beinhaltet wohlgemerkt auch die Herstellungskosten. Auch wenn Nvidia nicht herstellt, sondern nur designt und die Produkte von TSMC produziert werden. Das heißt, von 100 Dollar Umsatz bleiben über 70 Dollar übrig für alle anderen Kosten. Und 50 Dollar von den 100 spuckt Nvidia als Gewinn hinten raus. Das kann in einem freien Markt kein Dauerzustand sein, so hohe Margen einzufahren. Außer du hast unüberwindbare Burggräben, die ein Quasimonopol ermöglichen. Also ohne Zweifel werden gerade große Kräfte freigesetzt, um zu versuchen, sich von Nvidia zu lösen. Die Streitfrage ist nur, wie lange das dauern wird. Und deshalb gehört Nvidia für mich persönlich nicht in die Kategorie Kaufen und Augen zu und 20 Jahre halten, sondern hingucken. Denn da gibt es noch viele offene Fragen. Super Micro Computer verliert über 20% in dieser Woche. Und diese Aktie wäre mein persönlicher Lieblings-Short-Kandidat der letzten Monate gewesen. Leider habe ich nicht den Abzug gedrückt. Ich dachte, diese KI-Welle trägt sich noch eine Weile. Es ist ein Hardware-Hersteller mit recht primitiven Produkten ohne tiefen Burggraben. Mit niedrigen, einstelligen Margen. Schwierige Aktie. Komplette Gegenteil von Nvidia. Aber es gibt in unserer Wochen-Heatmap auch grüne Flecken. Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, das sind die sogenannten sicheren Häfen. Also zum Beispiel Consumer Non-Durables. Das sind Unternehmen, die Güter herstellen, die schnell verbraucht werden und regelmäßig gekauft werden. Lebensmittel, Getränke, Haushaltsartikel. Diese Produkte sind essentiell. Und daher bleibt die Nachfrage nach diesen Produkten auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten relativ stabil. Was ist noch grün? Utilities. Also Energieversorger wie Strom- und Wasserversorger. Da diese Dienstleistungen grundlegende Bedürfnisse abdecken, sind sie weniger anfällig für wirtschaftliche Schwankungen. Und ein weiterer Sektor, der in dieser Woche grün leuchtet, sind die Health Services. Dieser Sektor beinhaltet alles von Krankenhäuser über Pflegedienste bis hin zu Biotechnologieunternehmen. Die Gesundheitsversorgung ist ein kritischer Dienst, der nicht einfach aufgeschoben werden kann. Selbst wenn die Wirtschaft schlecht läuft. Wenn mein Bein gebrochen ist, ist mein Bein gebrochen und ich brauche Hilfe jetzt. Das heißt, wir sehen hier keinen Markt, der einfach nur ein bisschen an Momentum verliert und Gewinne mitnimmt. Sondern wir sehen auch eine ziemlich respektable Kapitalumschichtung in sichere Häfen. Das zeigt auch der Angst- und Gierindex, der jetzt auf Angst zeigt und sogar ein bisschen in Richtung extreme Angst anfängt zu kippen. Die Korrekturphase wird aber auch zu einem signifikanten Teil durch die Steuersaison, die Tax Season, befeuert. Und die hat es dieses Jahr in sich. Diese Tabelle zeigt die täglichen Steuerströme im April eines jeden Jahres seit 2006. Wir werden den vollen Umfang erst am Ende des Monats April sehen, weil es noch einen großen Nachlauf für den Rest des Monats gibt. Aber wir messen derzeit, dass der April 2024 als der Monat mit den größten Steuerabflüssen in den Geschichtsbüchern der USA eingehen wird. Wahrscheinlich in der Größenordnung von 350 Milliarden Dollar. So viel Steuern wurden noch nie bezahlt. Ben Graham, der berühmte Investor und Mentor von Warren Buffett, sagte, ihr kennt das Zitat, der Markt sei kurzfristig wie eine Wahlmaschine, aber langfristig wird er zu einer Waage. In den letzten sechs Monaten war der starke US-Aktienmarkt fest im Wahlmaschinenmodus und die Märkte waren überfällig für das Wiegen. Und das Wiegen hat jetzt begonnen. Ich persönlich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, dass wir jetzt eine Art Blase erleben, die bald mit katastrophalen Folgen platzen wird. Denn die Bewertungen sind bei weitem nicht so hoch wie Ende 2021 zum Beispiel. Und die Veränderungen in der Indexzusammensetzung rechtfertigen auch die etwas höheren Multiplikatoren. Aber die Multiplikatoren machen nur Sinn, wenn das, mit dem da multipliziert wird, also vor allen Dingen die Quartalsgewinne, wenn die jetzt Schritt halten. Wir werden sehen, was das Resultat davon ist. Ich will euch mal einen Ausschnitt aus einem Bericht der Notenbank aus dem Jahr 2007 zeigen. Dieser Bericht wurde veröffentlicht genau zwei Wochen vor dem Beginn der Rezession 2008 und einem ziemlich fatalen Aktiencrash, in dem der Nasdaq fast 55 Prozent verlor. Ihr seht hier der rote Pfeil. Das ist die Woche der Veröffentlichung und in rot markiert die Rezession. Und hier nochmal als gelbe Linie den Leitzins, der schon bereits am Fallen war. Damals schreibt ein Notenbanker, meine Kontakte bei den großen Bezirksbanken sagen mir, weil die Wirtschaft weiterhin einigermaßen gesund ist und die Menschen Arbeit haben, sind die Dinge unter Kontrolle. Aber wenn die Hauspreise und der Aktienmarkt weiter fallen und die Wirtschaft zu schwächeln scheint, werden sie die Kreditbedingungen für Verbraucherkredite weiter verschärfen, um spätere Probleme zu vermeiden und die Befürchtungen könnten sich selbst erfüllen. Also mit die meint er hier die Banken. Das heißt, und das ist extrem wichtig zu verstehen, die Aktienmärkte sind nicht nur ein Spiegel der Wirtschaft. Also zieht die Wirtschaft nach oben, ziehen die Aktien nach oben, sondern die Wirkung geht auch in die andere Richtung. Fallende Aktienmärkte haben die Macht, eine an sich intakte Wirtschaft mit herunterzuziehen, weil die kreditvergebenden Institute vorsichtiger werden. Und Konsumenten ihren Konsum einschränken, weil sie sich ärmer fühlen oder weil sie de facto ärmer sind. Aktienbesitz ist in den USA viel weiter verbreitet als zum Beispiel in Deutschland. Und so können fallende Aktienmärkte genau das selbst auslösen, was die Aktienmärkte einpreisen. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und das weiß die Notenbank. Das weiß Jerome Paul und deshalb wäre ich sehr überrascht, wenn man es zulassen würde, speziell in einem Wahljahr, wo die Aktienmärkte eine sehr wichtige Rolle spielen, dass die Börsen signifikant fallen. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und prophezeie, dass das Ende des 2% Ziels der Notenbank in nicht allzu ferner Zukunft ausgerufen wird. Das Ende des 2% Inflationsziel. Aber das wird ein Thema für ein anderes Video. Die nächste Episode vielleicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Kommentare bitte unter dieses Video und kommt auch in unsere Telegram-Gruppe, um mit anderen Aktionären im Gespräch zu bleiben unter projekt100x.de slash Telegram.